Hallo zusammen, hier ist wieder Ocela und heute bin ich wieder für euch in Battle for a Sojot unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, ein zündender Einzelfall und für diesen müssen wir Curacier Valerie in Toll d'Agore auf dem Schwierigkeitsgrad Mythos spitzwingen, ohne Munition zum Explodieren zu bringen. Und hierfür solltet ihr erstmal wissen, das ist eine der ätzendsten Achievements in diesem Dungeon Achievements in BFA. Und ihr solltet auch wissen, dass ihr die Fässer hier nicht aus dem Raum tragen dürft, bevor der Kampf beginnt, denn sonst zählt das nicht für das Achievement. Das erste was ihr macht, Tank zieht quasi den Boss in die Mitte des Raumes und lässt ihn auch den ganzen Kampf da. Und die DDs tragen, sobald hier diese Ringe unter den Fässern kommen, die einmal raus. Sie stehen am besten nicht neben den Fässern, es gibt nämlich hier so einen Debuff, dass quasi die Fässer dann auch hochgehen, wenn ein Spieler daneben steht, deswegen lasst ihr das. Ihr schaut das, wenn der erste Cast hier kommt, dass ihr in der Richtung ihren Breath macht, dass ihr das Fass oder die Fässer rauszieht und danach wird HT gezogen und nur noch vom Boss durchgeberettet. Ihr braucht hier nämlich Damage, weil ihr wollt den Boss umhauen, bevor die nächsten Cast kommen. Und zwar haben wir hier den Cast, der kommt bei uns jetzt auch noch durch, ist aber egal, denn ihr seht, die Fässer sind angezündelt, aber sind noch nicht hochgegangen. Die brauchen dann nochmal 3-4 Sekunden, bis sie hochgehen und wenn ihr den Boss in der Zeit tötet, bevor sie wirklich hochgehen, dann habt ihr das Achievement noch so wie wir. Und ich kann euch nur raten, löst das über Damage, das hier mehrere Phasen runterzuspielen, könnt ihr vergessen. Wir haben das Ding, denke ich mal, über eine halbe Stunde rumgetriet und sind dann einfach auf den Punkt gekommen, wir machen einfach die Damage-Taktik und ziehen durch, weil es einfach am leichtesten ist. Wir hatten da jetzt noch relativ lowes Gear, weil es am Anfang vom Addon war. Ihr werdet, wenn das Video hier rauskommt, wesentlich höheres Gear haben und dann sollte das eigentlich für euch gar kein Problem mehr darstellen. Dann nehme ich mal auch an, dass das Achievement relativ einfach sein wird. Ja, das war es mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem ein oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!